Guck mal, da links ist noch ein Haus. Gucken wir mal, ob wir das mitnehmen können. Und dann rüber da, wa? Ja, genau. Da drüben sind auch Türme und alles. Also dann geht die Party da drüben weiter. Boah, scheiße, ey. Man kann nicht mehr laufen. Da steht oben Desk drauf, also ganz klar. Ja, das stimmt. Guck da. Ja. Hier geht was? Ich hab schon einen Haufen gesetzt. Kiste ist leer. Schmeißt du oder ich? Alles klar. Ich geh nochmal nach oben und guck, was da ist. Ich hab schon angezündet, ne? Da ist aber auch nicht so. Da ist nix. Wo ja oben ist. So, guck mal, jetzt gehen wir weiter die Küste hinlang. Da links ist noch eine Hütte. Und dann sind wir auch da, wo wir das letzte Mal rübergeschwommen sind. Das erkenne ich da drüben, die andere Seite. Schön, dass übrigens immer wieder irgendwas brennt. Ja, ne? Wurde mal langsam Zeit. So, Leute, guckt es euch an. Was passiert, wenn wir hier irgendwo auf dem Server rumgeistern. Äh, wir haben uns vorgenommen, vielleicht einfach jeden Server einmal durchzugehen. Also, schützt eure Häuser. Wir kommen. Garantiert. So, hier war das auch das Stück, wo Alika in unserem LPT gespawnt ist. Und wir dann hier waren und dann war die woanders. Da wollte ich erst mal eine Folge so nennen. War sie wirklich noch nicht hier? Äh, geil, die Tür geht auf. Oh, Kisten. Oh, 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 Schwert. Ich hab ein Schwert. Oh, du bist gemein. Ey, cool, ich hab wieder Fett. Davon hab ich auch so wenig. Ich hab jetzt über 200 Fett. Also, normalerweise können wir uns überlegen, ob wir nicht hier uns auch ansiedeln. So, nachdem wir alles platt gemacht haben. Ja. Ja, ne? Aber was bringt dir das Schwert auf dem PvE-Server eigentlich total sinnfrei? Oben ist nix mehr, war ich schon. Fast schon? Ja. Cool, der Glückwunsch zum Schwert. Ist es schon fertig oder ist es nur das Metallstück vorne? Ich glaub, ist fertig. Warte, ich guck jetzt mal nach. Ne, ist ein Fertig. Ist halt auch schon ein bisschen Schaden. Mal in die Hand. Cool. Voll geil, Alter. So, und hier sind wir ja auf dem anderen Server rübergeschwommen. Genau. Irgendwo hier. Was für mich nicht so gut gelaufen ist. Genau. Oh, ich hab irgendwo ein Tier gehört. Ja. Da. Nilhorn. Oder ein Narspferd. Ah, das ist ein Nilhorn. Weg damit. Da drüben ist auch ein Boot, glaube ich. Auf der anderen Seite. Ja, würde ich sagen, schwimmen wir mal hier so rüber, ne? Darf ich nicht. Erstmal auf jeden Fall komplett Stamina-Rank. Ja, klar, Logo. Hey, guck mal das Haus. Wie geil das brennt. Hihihihi. Ja, also. Also wir haben schon, wir haben auf diesen Server schon echt gut Schaden angerichtet. Davon kannst du ausgehen. Na gut, ich weiß ja nicht, wie viele Totehäuser das sind, ne? Also von Spielern, die hier gar nicht mehr kommen, hinkommen. Aber der ein oder andere wird sich definitiv ärgern. Also da ist bestimmt einer dabei. Kleines bisschen. Hoffe ich doch. Oh, ich höre, ich höre was. Ne, Krokodil. Oh. Kommt genau auf dich. Und ne auf mich. Oh, das stackt mich komplett. Ich schwimme noch nicht mal mehr weiter. Ey, komm, das ist nur noch so ein kleines Stück. Das ist nur noch so ein kleines Stück. Ich habe überhaupt keine Stamina mehr. Ich kann nicht weglaufen. Kann das aus Land kommen? Boah, keine Ahnung. Du hast doch dein Eisenschwert beschützt, wie ich faust du. Ich muss erst mal was essen. Ja, gute Idee. Kann nicht schaden. So, das ist auf jeden Fall schon mal eine kleine Hütte. Hier haben wir Wasser. Hier ist erst mal ein Steg. Der wird als erst. Alles, was mir in die Quere kommt. Ich habe Holz. Ich habe bei den 1000 Holz geklaut. Das ist auch für irgendwas Gutes. Erst mal gucken, ob wir das Boot klauen können. Erst mal gucken, ob was in der Kiste ist. Nein, ist nix. Oh. Ja, ich konnte das Boot losbinden. Ja. Egal, fackel ab. Oh. Egal. Ich wollte eigentlich das Boot auch noch abfackeln. Das wird doch. Wenn das angebunden ist, geht das Feuer rüber. Ja, aber ich habe das abgebunden. Dann muss es nicht unbedingt zwingen. Aber ist auch egal. Egal, wenn es nachher noch da ist, können wir ja wieder mit hochfahren. Ich höre schon wieder ein... ...Hillhorn oder ein Nash-Pferd. Das brennt schon, oder? Ach so, nee. Du hast so eine Fakle angeweitert. Ach das? Hier ist wieder Permission. Hier kommst du wieder nicht. Kommst du wieder nicht rein. Das ist wieder protected hier. Ja, in welche Richtung möchtest du? Einfach so... Ja, hier so Land. Ja, einfach ins Land rein. Aber ich muss da aufpassen. Hier sind ja diese... Ein paar wilde Tiere oder so. Da ist eine Foundation da unten. Aber ja, komm, scheiß drauf. Nee, abfacke. Da drüben ist, glaube ich, ein Gebäude. Ich sehe nicht wirklich was. Aber eher sieht so aus. Ich sehe auf jeden Fall so eine Treppe. eine Treppe mit nix drauf. Ja, genau. Aber eine Treppe mit nix drauf brennt genauso gut. Ey, du hättest es nicht Abfackeln nennen sollen, sondern erstmal Out of Reach. Du musstest ja mit da reinschreiben, auf jeden Fall. Denn Abfackeln und Trollen und so... Nein, wenn man bei mir guckt, dann steht ja, Faustus spielt Out of Reach. Ich konnte das ja eingeben, nur es wird nicht erkannt von... von, äh, Twitch. Ach so. Also wenn ihr jetzt, äh, Out of zum Beispiel eintippst, dann kriegst du ja sowieso Vorschläge, ne? Und Out of Reach war da halt nicht bei. Das ist leider nur weil so. Aber egal, es brennt. Und das ist die Hauptsache. Wo gehen wir jetzt hin? Ich sehe von hier nichts. Ja, eben, ne? Obwohl da links. Hier ist noch was. Ach ja, hier links. Guckt aber... Alter, was ist das denn hier? Hier haben die was Großes vor. Oh ja. Aber die haben vergessen, abzuschlüsseln. Abzuschlüsseln. Und ist aber zu holen? Da haben wir einen drin und haufenweise fackeln. Boah, Fleisch. Ey, und richtig die krassen Waffen. Und Seile. Ich hab wieder Flax. Ey, nimm dir hier mal so eine Axt raus. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber nimm dir die einfach. Hier sind noch ein Knochenbogen und Knochen und Aufreise Leder. Und ein paar Fackelne. Boah, ist denn das für eine Axt? Ja, die meine ich hier grad. Ey, falls du wieder Essen auffüllen willst. Hab ich schon. Knochenbogen nehme ich auch mit. Lass ich mal meinen Holzbogen hier. Der Eintopf hier? Den Eintopf nehme ich auch mal mit. Dafür lass ich das Fleisch hier. Boah, hier sind auch mal die Pick-Axe. Und hast du nicht gesehen. Boah, was ist denn das hier? Lass mich auch mal in die Kiste reingucken. Das ist die einzige, die ich noch nicht habe. Tin und Iron. Boah, ey. Beide. Ich hab da vorne schon so einen Haufen hingesetzt. Wir müssten uns eigentlich auch eine Base bauen. Damit wir die Sachen mal auch irgendwie safen können. Weil das ist so viel. Ja. Eigentlich wär das... Dann halt aber direkt mit Clan Protect und direkt mit Stein. Und hast du nicht gesehen? Da ist ja bloß keiner reinkommt. Da können wir uns ja hier alles nehmen. Hast du dir so eine krasse Axt genommen? Ja, hab ich. Hast du die gesehen, ey? Ich schmeiß erst mal die eine weg. Die ich hab. Bronze Axt. Drop. Und das ist eine Steel Axt. Wäre die Bronze Axt schon geil gewesen, weil ich hatte nur... Ich hatte nur eine normale. Oh, das brennt schnell. Ich konnte die Fackeln nicht mehr aufheben. Wie geil. Weißt du, wie groß das ist? Nein. Ich bin immer noch auf den V-Lefens. Oh, Mann. Die werden sich ärgern. Oh. Also, reiner Boden, ne? Verbreitet sich verdammt schnell. Ja, ich seh das dann. Oh, fuck. Ich brenne, ich brenne fast. Alter Fidde, alter Fidde. Das ist wie ein Riesenband aus Feuer. Guck mal, wie groß das ist. Ich glaube, ich bin angegriffen. Scheiße. Boah, ey. Alter, du musst mal weiter weg gehen. Wie krass das aussieht. Ja, ich steh hier so ein bisschen höher. Pass auf, da ist ein Nashorn. Ja, das fistert mich grad. Kriegt er so ein mit der Axt, ey. Ach, scheiße, das ist ja immer noch hinter mir. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Renn ins Feuer, du Vieh. Alter, von hier oben siehst du. Da ist gut aus. Jetzt ist es weg. Ah, scheiße. Wo bist du? Da. Hier oben. Warte mal, ich muss jetzt auch mal eine richtige Axt in der Hand nehmen. Klingt besser, oder was? Ich hab versucht, das Nashorn damit zu hauen. Ich hab aber, glaube ich, nicht getroffen.